Willkommen zum heutigen Video. In diesem Video geht es, wie ihr im Titel schon gelesen habt, um das Thema Lackieren. Das Ganze hat leider nicht ganz so geklappt wie geplant, aber fangen wir von vorne an, denn eigentlich hat alles schon im November angefangen. Die Seitenreiben habe ich schon entrostet und mit Brandtokorux Nitrofest grundiert, damit der Lack auch vernünftig auf der Grundierung hält, haben wir diesen natürlich noch mal angeschliffen. Die Seitenrahmen habe ich mit selbst angerührten Zwei-Komponenten-Lack und einer kleinen Airbrush lackiert. Mit der Airbrush konnte man den Seitenrahmen ganz gut lackieren, da man den Sprühstrahl sehr gut dosieren kann und kommt auch jede kleine Ecke super rein. Für größere Flächen ist das Ganze aber nicht ganz so gut geeignet. Alle verzinkten Flächen habe ich vorher noch mal mit einem speziellen Primer behandelt, welcher extra speziell für Zink und Aluminium geeignet ist. Bei fertigen Zwei-Komponenten-Lack-Sprühdosen muss man im Boden der Dose ein Ventil eindrücken, welches den Härter mit dem eigentlichen Lack vermischt. Danach hat man auch nur eine gewisse Verarbeitungszeit. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, habe ich auch die Lampenbleche und Cappings in Wagentabe lackiert. Dabei habe ich wieder den Zwei-Komponenten-Lack verwendet, jedoch diesmal aus der Sprühdose. Allerdings ist mir schon beim Lackieren aufgefallen, dass hier und da ein paar Läufer drin sind. Die Läufer sind vermutlich auf die relativ niedrigen Temperaturen zurückzuführen. Wir hatten ja auch immerhin schon November und zwar so zwischen 8 und 10 Grad. Diese Temperaturen sind zum Lackieren natürlich nicht ideal. Wenn es deutlich wärmer gewesen wäre, hätte der Lack vermutlich deutlich schneller angezogen und es wäre gar nicht erst zu Läufern gekommen. Auch an der Heckwanne habe ich einige Stellen nachlackiert. Das ist jedoch nicht ganz so schön geworden. Dadurch, dass ich überall scharf abgeklebt habe, habe ich natürlich auch scharfe Übergänge zwischen der alten Lackierung und der neuen. Nachdem das mit dem Lackieren ja nicht so gut geklappt hat, werden wir jetzt mal versuchen, die Fehler auszumerzen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die ganzen Läufer hier versuchen mit einer Hartmetallschneidplatte abzukratzen und dann alles nochmal neu anzuschleifen, sodass wir dann nochmal alle Teile nochmal grün überlackieren. Dann sieht man nämlich wirklich nur da, wo der Läufer ist, was ab. Hier in der Ecke haben wir natürlich auch eine Riesennase und hier unten auch eine komplett tote Ecke, wo noch die Grundierung zu sehen ist. Demnach darf ich nochmal ein bisschen drüber scharfen. Also wir hatten ja gerade das Problem, dass bei den Teilen das immer wie so ein Hammerschlag aussah, weil man durch das Feuer verzinken hat man so eine leicht, wie so eine Art geriffelte Oberfläche. Und in den Kuhlen kommt man natürlich mit dem Schleifpapier sehr schlecht rein, aber wie hier mit so einem Schleifvlies kommt man auch in die Poren rein, dass in den Kuhlen, in den tiefen Teilen, dass man da auch den Lack nochmal aufbrauen kann. So, jetzt kommt der Kuhl here in den Kuhlen. Das war es wirklich, dass wir hier unten in der Kuhlen und ich jetzt hier oben beziehm. Ich sagte, dass du noch was, wachst. Ich habe es echt ausgeschlossen. Wir haben auch die Kuhlen und dann noch die Kuhlen. Dann das ist noch die Kuhlen, in der Kuhlen auf der Kuhlen. Ja, damit wir jetzt den Keller nicht komplett grün einnebeln, wenn wir die Teile im Keller lackieren, hängen wir jetzt überall hier so Plastikplanen auf und kleben den ganzen Keller zu, damit halt nicht alles grün wird. Das Problem ist nämlich, draußen können wir nicht lackieren, draußen ist es immer noch zu kalt mit 5-6 Grad, da braucht man einfach nicht anfangen. Da werden wir sonst die gleichen Probleme haben, wie wir sie bisher schon hatten. Damit wir jetzt die Cappings relativ entspannt lackieren können und nicht einer die ganze Zeit das hochhalten muss oder aufhängen, ist hier drin auch ein bisschen schwierig, haben wir uns jetzt hier so eine Konstruktion gebaut. Können wir es nämlich einfach immer an allen Enden anfassen und das eigentlich in jeder Position platzieren, sodass wir eigentlich von allen Seiten dran kommen. Das heißt, wir können es entweder hier vorne auf die Dachlatten stecken oder halt hier oben und so kommt man eigentlich von allen Seiten da gut dran. Wir haben jetzt hier einmal eine große Karosseriescheibe und einige kleine, sodass es ein bisschen zentriert ist. Man könnte natürlich jetzt auch eine Passhülse machen, wird es aber nicht nötig. Einfach nur Holzstänkchen in das wir einfach ein Gewinde reingeschnitten haben. Also wir haben das Teil jetzt schon soweit entfettet und jetzt geht es wieder mit dem 2K-Lack los. Muss man erst mal zwei Minuten schütteln, aktivieren und nochmal zwei Minuten schütteln. 覆 . 3 8 und 10 2 Web Web هم Untertitelung. BR 2018 So, zweiter Tag, zweite Runde. Wir haben jetzt nochmal eine Dose Billy's Green und jetzt werden wir noch die Lampenbleche. Das eine haben wir schon lackiert, da ist eine minimale Stelle, die werde ich nochmal nachlackieren, wo es noch ein bisschen dünn ist. Das andere Lampenblech, die Eckbleche haben wir noch und wir haben noch ein paar neue Scharniere. Die werde ich auch nochmal grün übersprühen, dass die auch in Wagenfarben lackiert sind. Bevor ich jetzt die Scharniere lackiere, werde ich da auch so einen Haftpromoter auftragen, der ist extra für verzinkte Untergründe und Aluminium. Denn ich werde auch ein paar Nieten direkt lackieren, dass dann hinterher die Nieten für die Cappings und die Eckbleche auch schon alle grün sind. Da brauchen wir hinterher nur noch einmal einen kleinen Tropfen grün hinten reinlegen, denn da, wo der Stahlpin abreißt, ist dann ja kein Lack mehr. Ja, hier kann man sehen, dass doch eine Menge von dem Nebel sich am Boden abgesetzt hat und der ganze Boden jetzt hier in dem Bereich, wo wir nicht abgeklebt haben. Ziemlich grün geworden ist, wenn man jetzt mal hier den Unterschied anschaut. Aber das Ganze ist jetzt nicht so schlimm, weil wir haben hier gar keinen Bodenbelag, sondern das ist eigentlich der pure Estrich. Und vor allem, wenn man da ein paar Mal mit irgendwie dem Zeug drüber schrappt, dann wird sich der Lack auch wieder lösen. Und das ist dann nicht so das große Problem. Sieht natürlich jetzt ein bisschen lustig aus. Ja, einen Tag später, alle Teile, die wir nacharbeiten wollten, haben wir jetzt erfolgreich neu lackiert. Das Ganze hat insgesamt deutlich besser geklappt als draußen. Vor allem unsere Halterung für die Cappings ist echt Gold wert. So kann man das ganze Teil echt super in allen Richtungen so aufhängen oder hinstellen, dass man da überall vernünftig drankommt. Bei manchen Teilen haben wir das Problem, dass da sich minimal Staub reingesetzt hat. Ist jetzt natürlich ärgerlich, aber hier im Keller lässt sich das leider nicht ganz vermeiden. Und draußen wäre es wahrscheinlich auch nicht so viel besser, wenn man da keine richtige Lackierkabine mit Absaugung hat, wird es halt nie 100% perfekt. Vielleicht kann ja der eine oder andere aus meinen Fehlern lernen. Wenn du aber noch eigene Tipps hast zum Thema selber lackieren, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.